Was hat deine Ausstrahlung und deine Stimme mit deiner Haltung zu tun? Mehr als du denkst, im Spiraldynamik-Selbsthilfe-Online-28-Tage-Programm zum Thema Nacken erfährst du Erstaunliches darüber. Ein aufrechter Nacken richtet dein Gesicht frontal aus. So möchtest du gesehen werden, face to face. Gleichzeitig strafft sich dein Gesicht. Für deine Stimme ist dein Zungenbein interessant. Warum? Es positioniert deinen Kehlkopf und sorgt dafür, dass der Luftstrom möglichst Turpulenzenfrei den Weg durch die Stimmbänder findet. Zusätzlich ist die Verbindung in den Brustraum nun optimal. So bekommt deine Stimme mehr Resonanz und mehr Raum. Tauch ein in die Geheimnisse anatomisch sinnvoller Bewegung. Die Spiraldynamik erklärt dir Zusammenhänge, anschaulich und verständlich. Du wirst begeistert sein. Wir sind es auch. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik 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 Musik